Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Chrom und wir spielen Lucky Race auf dem Randy MC Server. Ich denke ihr kennt den Server von Banks und da gibt es hier diesen coolen Modus, den ich schon früher mal gebracht habe, aber wirklich nur wenig. Und ihr merkt wie skillig ich bin, Alter, wenn ich nicht mal so einen Loopsprung schaffe. Auf jeden Fall kriegt man random Items hier raus. Man könnte ein Texture Pack, glaube ich, sogar dazu nehmen, wo dann die Textur von dem Ding so eine Lucky Block Textur ist, glaube ich. Aber das mache ich einfach nicht, weil es immer rumspackt bei mir mit diesen Texture Packs. Ich müsste es mir so extern runterladen, aber dafür habe ich einfach keine Lust und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht schlimm, wenn es hier diese Schwämme sind. Alter, fliegen ist... oh nein. Wenn der mich jetzt noch mehr abfuckt, noch genauso wie der hier, dann ey, sorry, Alter. Ach, nee. Nee, 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 nee. Auch komisch betont. Muss das... also das muss echt nicht sein. Ey, das muss echt nicht sein. Aber zum Glück trifft er nicht, sonst wäre ich richtig abgefuckt. Das würde mich nämlich unendlich nerven. Ähm, ich spiele selten Jump'n'Run-Spiele in letzter Zeit, also sowas wie Jump League oder so, habe ich die letzten Monate kaum gezockt. Vielleicht ein, zwei Mal mehr, aber auch nicht. Also wundert euch nicht, falls ich mal richtig nubig bin oder so, dann verzeiht mir das auf jeden Fall. Ähm, ja. Erstmal hier Full Dia zu bekommen wäre richtig nice. Also, ich habe jetzt eine Runde Probe gespielt und da habe ich aufgenommen, aber nicht aufgenommen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich war zu dumm, den Knopf richtig zu drücken. Und auf jeden Fall, ja, die Runde lief mir so nicht so gut vom Jump'n'Run. Ich wurde zwar Erster, was jetzt nicht so schwer ist, weil ich das Gefühl habe, die anderen sind nicht so gut in Jump'n'Runs, weil ich bin schon erfahrener Minecraft-Spieler. Ne, aber, hm, ich nehme trotzdem alles mit und schaffe es trotzdem immer als Erster. Aber an sich so der Dingens-Teil sozusagen, der Kampf-Teil war nicht so spannend. Und ich werde jede Runde erkannt. Also, das ist echt krank. Ich habe, ich hatte mal Premium Plus, dann habe ich aber keine Videos von dem Server gemacht und dann wurde mir der Rang entzogen. Äh, kann ich verstehen. Also, das war ganz frühes. Ist natürlich, finde ich, ein bisschen scheiße. Oh, hi. Ich selbst. Ne, äh, finde ich ein bisschen scheiße. Aber wurde mir damals entzogen, weil ich halt keine Videos mehr bei dem Server gebracht habe, weil es einfach, keine Ahnung, war langweilig. Man kann ja nicht jeden Monat, also, man kann es schon, aber ich will halt auch noch viel anderes bringen. Und da blieb halt die Zeit nicht übrig für den Modus und dann wurde mir der wieder entzogen, der Rang. Voll schade eigentlich. Okay, danke, Killerhase. Für nichts. So, wir könnten ja schon mal das Zeug anziehen, zumindest die Dia-Sachen. Naja, Ziel ist wieder Full Dia am besten. Und vielleicht ein gutes Schwert. Und irgendwas, was Verbrennung macht. War letzte Runde ziemlich OP. War schön. Kann man da irgendwie bescheißen? Also, so ein bisschen, so, so ein bisschen, ihr wisst schon. Man kann da nicht bescheißen. Scheiße. Es ist schlecht. Einer ist vor mir schon. Oh, man. Ich wollte doch nur bescheißen ein bisschen, weil das so scheiße ist. Also, wenn es ein was gibt, was ich hasse, dann Zaunsprünge. Also, sorry. Zaunsprünge, das ist einfach Hass pur. Es ist so unfassbar nervig. Ich kann schon... Also, ich glaube, es werden welche dran verzweifeln und leften die Runde, weil es einfach so nervig ist, Zaunsprünge. Also, keine Ahnung. Die gingen jetzt gerade noch so, aber die fucken schon ziemlich ab, muss man einfach mal sagen. Und... Habe ich da irgendwas liegen lassen? Ne, zum Glück nicht. Hier gibt es entweder Heilung oder Schaden. Aber diesmal habe ich Heilung. Ist okay. Ist eigentlich egal, weil ich finde Schaden ein bisschen cooler eigentlich. Aber Schaden 1 ist halt genauso sinnlos wie Healing 1. Also, ist so schwach irgendwie. Im Vergleich zu den Zweier Potions. So, da haben wir den Checkpoint. Wir haben wieder aufgeholt. Wir sind gleich offen mit dem ersten Typen. Beide Level 7. Ich glaube, es gibt 10. Ich bin mir nicht sicher. Ich baue den mal ab. Ich werfe mal ein bisschen Zeug weg. Vor allem das Kettenzeug. Was ich nie brauchen werde. So. Eisen. Boah, Schärfe 1. Dia-Schwert ist schon mal perfekt. Effizienz 1 brauche ich nicht. So, das brauche ich auch nicht. Das nervt mich nur, das ganze Zeug. Hier auf jeden Fall bescheißen am Start. So, warte mal. Wir gehen da hoch. Den ganz normalen Weg halt. Bis jetzt. Ah, nicht so schwer eigentlich. Wenn man nicht komplett dumm ist. Die Sprünge hier, daran verzweifeln einfach schon manche. Äh, also solche Leute wie ich ungefähr. Oh Mann. Es muss doch mal besser laufen hier. So. An die Leiter. Perfekt. An die. An die. Und. Gott. Alter, was ist das für ein Sprung? Und ich bin einfach nicht abgesprungen. Oh Mann. Oh Mann ist das. Was? Der hat das Ziel. Oh Mann. Noch 26 Sekunden. Okay. Mann war ich schlecht. Hä? Der. Das Ziel ist ja irgendwo ganz weit weg. Also. Das ist da hinten irgendwo. Oh mein Gott. Der ist richtig durchgerusht. Ich habe keine Chest. Ich habe keine Chest. Doch habe ich. Oh, zum Glück. Okay, Schärfe 1. Passt. Äh, ich equip mich noch schnell mit den Healings. Und das. So. Ah, jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Den sollte man bekommen. Weg. Kombon. Er hat mich mit Heilung abgeworfen. Auf jeden Fall nicht so schlau, Leute. Aber den ersten haben wir schon mal heftig gekommen. Also der hatte null Chance einfach. Schau mal, der hat nur Eisenrüstung. Aber wir werden von hinten penetriert. Das ist nicht so gut. Von dem Stevie hier. Oh Gott, Junge. Alter, musstest du mir Vergiftung geben? Bruh. Voll. Junge. Ah. Blitz in der Flasche. Da kann man auch jemanden richtig hart damagen. Oh, Junge. Oh. Zum Glück Wither vorbei. Oh Mann, das ist nervig. Das ist nervig. So. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Ähm. So. Gehen wir mal rüber. Zu dem da. Oder dem. Komm, komm, komm. Wir wollen nicht abstauben. Wir wollen den hier bekommen. Er kriegt keinen Knockback. Auch stark. Muss man auch mal schaffen. Oh mein Gott. Ich habe ihn nicht gut genug gekommen. Irgendwie ist es ein bisschen schwer mit dem wenig Knockback. Ich glaube, man kriegt Falsch an. Das ist blöd. Oh mein Gott. Das ist echt scheiße hier die Stelle. Zum Spawnen. Gibt ungefähr nichts schlechteres. Oh mein Gott. Ne. Ne, 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 ne. So. Den Bogen haben wir noch. So. Ich hoffe, wir haben den gedamaged. Oh Gott. Tschüss. Oh mein Gott. Heilt es jetzt. Erstmal wegrennen. Wir haben echt schlechte Rüstung. Wir haben so scheiß Rüstung. Haben wir irgendwas mit Verbrennung? Ne. Oh. Es ist so schade. Es ist so schade, wenn man kein Zeug hat. Oh man. Mist. Egal. Wir probieren es mit Kombos. Da war schon eine heftige Kombo drinnen. Ich brauche halt auch unbedingt eigentlich die Dia-Chest. Oh mein Gott. Nein. Rip. Rip. Nein. Fuck, Leute. Das war so knapp, dass ich den bekommen habe. Es war so knapp. Oh man. Schade, dass ich den nicht bekommen habe. Das war mega blöd. Weil ich muss ihn bekommen. Ich muss ihn einfach bekommen. Okay. Schade, Leute. Ich wurde abgestaubt. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viele Herzen der andere hatte. Wir gehen in eine zweite Runde. Bis gleich. Leute. Letzte Runde hatte ich ja nicht so viel Glück. Diesmal habe ich sogar den Illuminati-Helm. Zum Glück hier. Ich denke, ich habe eine gute Chance. Ich habe wieder ein schärfer Eins-Schwert. Und ich hänge halt extra noch ein zweites Deathmatch dran. Ohne das Springen. Damit es ein bisschen spannender ist. Den haben wir erstmal gut bekommen. Der hier hat nur eine Eisenrüstung. Ja. Haben wir auch bekommen. Nice. Und der gibt richtig heftig einen Knockback. Egal. Wir haben ihn down. GG. Er hatte keine Chance. Und der Typ. Komm. Den bekommen wir auch. Er blocket ein bisschen stark. Aber. Wir bekommen die Hits. Er wird abgestaubt. Ja. Ne. Ich weiß gar nicht, wer ihn jetzt bekommen hat. Ist ja auch egal. Der will den abstauben. Und ich will den abstauben. Und der will den abstauben. Das ist so eine Abstaubkette. Aber ich habe den bekommen. Perfekt. Ich hoffe, ich bekomme noch den Typen hier. Er hat so schlechtes Equipment. Also der sollte locker down gehen. Wenn ich ihn hitte. Ja. Perfekt. Danke. Und jetzt wieder den hier. Der hat auch ein schlechtes Equipment. Perfekt. Oh mein Gott. Nice. GG. So. Jetzt kann man das hier ja öffnen. GG. Oh mein Gott. Eine Diahose. Perfekt. Und Gapels. Und ein Gifttrank. Okay. Nice. Ist auf jeden Fall Bombe. Ich denke mal, wir sollten ihn bekommen im Normalfall. Wobei der andere mit Verbrennung ist hinter uns. Ist halt echt unmöglich. Er nimmt einfach so eine Brust, um irgendwie mir viel Schaden zu machen. Ich weiß nicht, was das für eine Enchantment hat, diese Chest. Aber der schlägt mich mit einer fucking Chest. Das ist ja krank. Oh mein Gott. One-Hit-Abstaub, ne? Oh, toll. Und er schlägt mich mit einer fucking Chest. Die Verbrennung 1 hat. Was ist das für ein Leben? So. Noch ein Gapel. Was soll man dazu sagen? Ich wollte die Ente töten. Oder dieser Typ mit dem Enten-Skin. Ja, nice. Perfekt down. Oh Gott. Der gibt mir halt jetzt hart. Ich habe das Gefühl, bei meinem Block kriegt man irgendwie weniger Knockback. Oder irgendwie sowas. Okay. GG auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich habe so hart drauf gehauen. Also wirklich. Ich habe zum Glück noch zwei Leben. Der Typ will immer noch teamen. Was ich einfach mega dreist finde bei Teams verboten. Von daher werde ich auch nicht teamen oder so. Das wäre mega assi. Und jetzt habe ich auch Verbrennung, Bro. Come back. Komm. Tschüss. Ich will nicht wieder abgestoppt werden. Nee, nee, nee. Kein Bock. Ihr sollt mal ruhig kämpfen. Und dann komme ich mit meiner schönen Verbrennungsblume an und staub euch schön ab. Wie ihr es gemacht habt bei mir. Oh Gott. Der Helm ist zwar mega geil, aber durch Dornen geht er schneller kaputt. Da müssen wir aufpassen. Hier haben wir noch einen Schutz 1. Er ist zwar mega geil, der Helm an sich, aber geht halt durch Dornen 3 extrem schnell kaputt, Leute. Denn ich glaube, jeden Schaden, den man dadurch austeilt, kassiert der Helm selber wieder als Damage sozusagen. Das ist gefährlich. So, jetzt Rache an den Typen hier mit dem Feuer. Ja, perfekt. So. Ja, wir müssen Verbrennung geben. Ah, das ist gefährlich. Ja, der hat genau dieselbe Blume. Aber gibt mir besser. What the fuck? Kann es sein, dass Pastel Wolfi hackt? Also, jetzt mal so no offensive, aber ist schon unlegit, oder? Also, auch davor, die Kämpfe mit dem waren mega unlegit. Ich glaube, der hackt. Also, ich tippe mal drauf. Man kann es immer nicht hundertprozentig sagen, also bis ich jetzt nochmal gegen ihn kämpfe. Ähm, aber ich denke, der ist unlegit. Weil der buckt immer so krass zurück von seiner Kill-Aura und Speed und so. Also wird der wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich hacken, ja. Dann targeten wir den mal. Oh ja, der hackt richtig rein. Hab's mir schon gedacht. Ja, GG, Hacker down. Wow, nice, Leute. Nice, nice, nice. So soll's ablaufen. Scheiß Drecks, Hacker. Also, sorry, aber das ist ja einfach Junge und verliert auch noch. Aber der Typ soll natürlich nicht das Equipment bekommen. So. Ja, das Feuer ist gefährlich, weil dadurch kriegt er weniger Knockback. Tendenziell, also nicht immer, aber tendenziell und GG. So, er hat noch ein Leben und ich habe auch noch ein Leben. Ich denke, ich schaffe das zu gewinnen. Ich muss aufpassen wegen dem Helm. Ich sehe die Haltbarkeit nicht. Das habe ich irgendwie abgestellt. Also, in meinen anderen Minecraft-Versionen wäre das jetzt an. So, ich muss echt aufpassen. Lieber zur Sicherheit nochmal reingappen. Er konnte mich nicht hitten wegen dem Gras. Oder weil ich ein bisschen rumgeglitscht habe. Auf jeden Fall hatte ich Glück. Und, okay, das merke ich mir. Die Blitze machen null Schaden. Aber ich denke, ich sollte ihn bekommen. Ich meine, ja, GG. Nice, Leute. Das war mega, mega stark. Ich glaube, ich habe richtig viele Kills gemacht. Wird das irgendwie angezeigt am Ende der Runde? Ich weiß es nicht. Bei TAP oder so nicht. Aber ich habe auf jeden Fall einige Kills gemacht. Das sind meine Stuts hier. Die sind nicht so wirklich gut. Aber ich glaube, das war eine heftige Runde, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Links kommt ihr zum letzten Video. Und rechts kommt ihr zum Kanal-Abo. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auch noch da. Und ciao. Das war's. Das war's. Vielen Dank.